Ich glaube, dass Rotkäppchen auch mit dieser Erlebniswelt ein Vorreiter sein kann. Die Rotkäppchen-Erlebniswelt ist eines unserer Highlights in der Region Saale-Unstruth. Am Ende sind wir so ein Sehnsuchtsort, der nur eine Sektlänge entfernt ist. Tourismusregion Saale-Unstruth lebt vor allem davon, dass sie in Summe viel zu bieten hat. Besonders wichtig ist, dass es Leuchttürme gibt und ich denke, Rotkäppchen ist schon Leuchtturm als Sekthersteller. Und wir glauben, dass man diese Welt nach außen tragen kann, auch im Sinne eines Erlebnisses. Besonders beeindruckt mich an der Erlebniswelt natürlich, dass ich mit allen Sinnen das Produkt Sekt erleben und entdecken kann. Die Ausstellung ist ja so, dass es Sachen gibt, wo man einfach in Ruhe was lesen kann. Man kann sich was anschauen, man kann aber auch interaktiv sein. Das heißt, ob 20 oder 82, da wird für jeden was geboten. Man kann hier an einem Tag einfach den Alltag hinter sich lassen, entspannen, Sekt verkosten. Wir sagen ja, wir machen aus jedem Moment im Leben einen schönen Moment und unterstreichen den nochmal. Deswegen auch unser Motto, der Moment seid ihr. Bis zum nächsten Mal.